Ein Mann hat sechs Töchter. Jede davon hat sechs Töchter. Wie viele Kinder hat der Bruder? Ein Mann hat... Hm? 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 Hm, der hat schon ein paar Kinder, also mehr kann man sagen. 36. Was? Was? Da müssen wir mal vorstellen, es gibt Zuschauer, das ist wirklich mein Ernst, es gibt tatsächlich Zuschauer, die haben Kinder. Nein! Soll ich Ihnen was sagen? Keiner ruft ja an, keiner. Sie rufen nicht an, Sie rufen bitte nicht an. Ich würde es gerne abbrechen. Sie rufen bitte nicht an. Keiner bett die Nummer. Keiner ruft an. Stopp, stopp, keiner ruft an. Keiner ruft an, keiner ruft an. Helfen Sie mir. Wenn Sie jetzt dranbleiben, haben Sie sich die Kohle auch verdient. Sie rufen bitte nicht an. Sex Töchter. Sex Töchter. Der hehehe, der das mal gesagt hat, bei diesem Spiel, der hat die Kinder, der hat das der Haar genommen. Hohohoho. Hohoho. Sechsunddreißig. Ne. Hen. Stopp, 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 stopp. Wasch, 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 wasch. Ich erwarte jetzt, dass irgendeiner mal, mal, mal logisch an dieses Ding rangeht. Tt. Sechs ist lehralsch. Acht ist lehralsch. Sechsunddreißig ist lehralsch. Wir brauchen jetzt jeden Einzelnen, der hier eine andere Löl raus hat. Außer diese F***, die schon daneben lagen bei diesem Spiel. Lil. Tatsächlich ist es sich so. Ein Mann sagte, Lölf, das ist logisch, aber trotzdem, Faf, blablabla, blablabla. Ein Mann sagte, Sechs, Faf, dann gab es eine Frau, die sagte, ACH. Helfen Sie mir. Also Acht, das kann man wenigstens sagen, okay, das, aber alles andere ist Mem. Will jemand 4000 Euro haben? Geld. Will jemand? Suss. Leute, ich, 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 Flipp, klick, klick, reiche. So, vielleicht sind wir alle zu Mem mich eingeschlossen, natürlich. Ja, mein Redakteur war noch dämlicher als ich, der hatte nämlich Suss raus. Weiß nicht, wie der da damals auf Suss gekommen ist. Zuschlag. Wer ist am Telefon? Melanie. Meh, was haben Sie raus? Stopp, keiner ruft an. Sechs. Jalsch. Acht. Jalsch. Der Mann hat zwölf Kinder. Jalsch. Sechsunddreifel. Alles Jalsch, Jalsch, Jalsch. Und jetzt, Sie. Zuschlagen. Wer ist am Telefon? Wir sind im Periodensystem der Elemente. Was haben Sie raus? Wissen Sie, wovon ich rede? Falsch. So, Leitung getroffen, da, Bums, mal im Spiel. Ob das jetzt die dritte Falsch, na, weiß ich nicht mehr. So. Dann, Mann, kam ne Falsch. Die hat gedacht, jawohl, fett, die Leitung getroffen, fette Kohlelole. Zuschlagen. Wer ist am Telefon? Helfen Sie mir. Was? Was haben Sie raus? Helfen Sie mir. Retten Sie mich. Sieben ist richtig. Sie haben soeben sechs Euro gewonnen. Jai, 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 jai.